So, damit geht's jetzt weiter. Äh, Feuerwehren sind da. Die sind noch hier. Alter, was ist nicht hier passiert? Hier ist ja zerstörte Fahrzeuge. Muss ich die abtransportieren? Ne, das ist nicht meine Aufgabe. Ach, RTW ist da. Einmal ranfahren bitte. Oder so, geht auch. Na. Also das mit dem Anwählen ist ein bisschen blöd, weil die Hitboxen, die triffst du manchmal nie. Wenn ich jetzt hier daneben tippe, dann werden die nicht mehr angewählt und ich finde das ein bisschen schade. Aber, weil ich brauch's nicht so akkurat. Man kann ruhig ein bisschen grob sein dabei. Oh, ich muss wieder niesen. Oh, furchtbar. Dankeschön. So. Na, lass dich mal in Ruhe. Ich kann das nicht abbrechen. Okay. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Okay. So. Kann ich hier auch hier hinfliegen? Erwarte Befehle. Aber nicht da runterfl- Gut. Ja. Was ist hier los? Polizeiwagen, den lassen wir mal hier. Man weiß ja nicht. Alles klar. Ja. Was gibt's? Fahren wir mal auf den Haufen? Hier wird doch bestimmt gleich wieder was passieren, das weiß ich. Erwarte Befehle. Ich soll jetzt irgendwie noch einen faften. Ach, der ist wahrscheinlich mit dem RTW. Jo. Ja, das war der. Sind wir fertig? Sind wir fertig? Offenbar ne, ich. Am Busbahnhof ist es zu einem Aufstand gekommen. Nehmen Sie alle Aufständischen fest und kümmern Sie sich um welche Verletzte und vollgeschwäden. Was ist hier los? Hey, Pol-Pol-Pol-Polizei. Ganz schnell. Äh, äh, Heli. Wird erledigt. Bewaffnete Gangster. Verstand. Ja, müssen nicht. Müssen nicht. Was geht's? Wir sollten Blendgranaten einsetzen, um Gangster zu betäuben und Sie dann zu betäuben. Ich fahre jetzt erstmal alle Einheiten her. Ja. Alle Mann auf dem Busbahnhof. In Ordnung. Ach du Scheiße. Wir fahr, wir fahren erstmal hier her. Ich bin bereit. Jawohl. Leute, was macht denn der? Bin bereit. In Ordnung. Höre. Oder die. Kein Problem. Bin bereit. Zu Befehlen. Was geht's? Okay. Ja? Wird erledigt. Erwarte Befehle. Ja? Ähm. Höre. Von wem mal hier her? Zu Befehl. Bisschen unübersichtlich. Fahrt mal auf die Seite bitte. Bin bereit. Ich brauche das ein bisschen Ordnung jetzt. Äh. Pass auf, hier rein. Hier auch alle da rein. Bin bereit. In Ordnung. Ja? Wird erledigt. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Kleinstecken. In Ordnung. Was gibt's? Bin bereit. Können wir hier her fahren? Ja? Okay. Festnehmen. Hör. Alle auf ein, Alter. Jawohl. Alles klar. Erwarte Befehle. Sofort. Sofort. Was geht's? Löschen Sie alle zu Befehlen und sorgen Sie dafür, dass die Brennze nicht weiter ausbreiten. Höre. Jawohl. Ja, ich bin dabei. In Ordnung, Mann. Wir brauchen mehrere Feuerwehrmänner. Was gibt's? Jawohl. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Kein Problem. Ja, ich bin, ich bin dabei, Mann. Festnehmen. Höre. In Ordnung. Bin bereit. Was gibt's? Okay. Was gibt's? Der auch mal an da rein. Höre. Sofort. Was geht's? Wird erledigt. Was geht's? Okay, bin bereit. Wo ist denn? Da ist er. Ist einer auf dem Weg? Ja. Hier ist keiner auf dem... Warum ist hier keiner aus dem Weg? Ja. Warte mal rein mit denen. Was geht's? Warte, warte, warte. Ja, wird erledigt. Erwarte Befehle. Wo ist der? Da ist er. Ah, scheiße, der legt Brände. Weiter, weiter, weiter. Jawohl. Alle hinterher. Was geht's? Bin dabei. Erwarte Befehle. Wir brauchen mehrere Feuerwehrmänner. Moment, Polizei. Ja. Da. Das ist die ideale Position, ja. festnehmen. Alter, Brandleger, ne? Richtig hässlich. Okay, warte, warte, warte. Die können abrücken. Die können... Warte. Wo ist jetzt... Hä? Wo ist mein Mannschaftswagen? Hä? Okay. Höre. Was geht's? Ja, ne, Leute, da brennt noch was. Was brennt da? Ach, ein Busch. Höre. Sofort. Hä? Warte mal, jetzt fehlt dir was. Höre. Okay. Haben wir alles? Hier laufen gerade Einheiten von mir rum. Okay. Erwarte Befehle. Die rücken jetzt ab. Aber jetzt fehlt... Es fehlen noch Einheiten von mir. Kleiner Streifenwagen. Na gut, holen wir die halt. Jawohl. Feuerwehren sind fertig. Ähm. Heli sind auch hier. Ist gut. Die lassen wir hier auch noch für den Fall der Fälle, dass hier wieder was eskaliert. Warten wir auf die Straße. Erwarte Befehle. Ähm. Wir haben doch jetzt zwei Polizisten gerade gehabt. Hä? Da. Genau, die warten jetzt auf den kleinen Streifenwagen. Höre. Wenn er gleich kommen dürfte. So, hier musst du ja echt Ordnung bewahren, Alter. Das ist ja richtig krass. Tote Stadt. Krass. Cool. Nice. Continue. Dankeschön. Warte mal, was? Ach du Kacke. Okay. Also ein Polizeihelikopter. Wir brauchen das SWAT auf jeden Fall. Äh, wir müssen das absperren. Ach du Kacke. Ist die Ausgangssperre wieder aufgehoben? Okay, was brauchen wir noch? Äh, voraussetz... Voraussetz... Äh, ich hole mal noch einen Rettungshubschrauber. Wird erledigt. Okay, warte mal, Fluchtwege. Die könnten hier rauskommen? Die könnten, könnten die hinten rauskommen? Ja, könnten. Die können jetzt aber nicht weit kommen. Ja. Die könnten links lang. Das ist eine Auffahrt, da könnten die eigentlich gar nicht weit kommen. Also pass auf. Was gibt's? Du setzt die da auf den Boden ab. Sofort. Ja, wohl. Rettungshubschrauber, einmal landen bitte. Hören. Wo sind Bodeneinheiten? Warte. Ranzoomen. Okay, okay, okay. Ne, ohne Heli. Was gibt's? Äh. Waffe wählen. Sofort. Hier rangehen, bitte. Wo sind die Bodeneinheiten? Ach, da. Okay. Ich liebe Polizeieinsätze. Glaubt mir, ich liebe die richtig geil. Okay. Pass auf. Einer fährt jetzt hier hin. Einer fährt direkt davor. Und der andere sperrt die Straße ab. Ja. Was schießt da noch? Mit den Zivis ist jetzt blöd. Okay, wir lassen mal einen Polizisten raus. Erwarte Befehle. Okay. Der dürfte jetzt... Ach, genau, okay. Der klärt das jetzt... Der klärt jetzt mit dem Haus. Was da passiert? Wir fahren mal in die Einfahrt. Sofort. Erwarte Befehle. Bin bereit. In Ordnung. Höre. Der verhandelt jetzt mit denen? Der Geiselnimmer verschanzt sich weiter in dem Gebäude und reagiert nicht. Die sollten das SEK dazu rufen. Wir haben das glücklicherweise parat und deswegen... Ihr wählt euch alle mal mit Handschellen aus, nicht mit Waffen. Jawohl. Geht da rein und festnehmen. Zugriff. 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 Criminals. Okay, wir haben zwei davon. Da kommen die immer in den Van rein. Ähm... Free injured hostage from building. Der Mannschaftstransportwagen bringt alle Gefangenen zu den Arrestenzelten der Basis. Was geht's? Warte mal. Okay. Kann das sein, wir müssen da jetzt mit dem Notortz rein? Hier, wir kommen da gar nicht... Warte mal, wir kommen da gar nicht rein. Warte mal kurz. Wir kommen da gerade gar nicht rein. Warte mal, den landen wir kurz. Fahren wir kurz hier ran. Ein bisschen zu nah. Aussteigen lassen. Ach, okay. Wir haben Polizisten müssen wir da rein. Okay. So läuft das. Alles klar. Was gibt's? Bin bereit. Erwarte Befehle. Ihr könnt mal da hinlaufen. Mit dem Hubschrauber können wir mal hier her. Hallo? Digga, was ist denn hier los? Höre. Kein Problem. Ja? Ja? Also ihr seht, was mein Problem ist hier. Kein Problem. Was geht's? In Ordnung. Ja? Polizei-Heli kann weg. Ja? Der kann jetzt wieder hier rein. Was geht's? Jawohl. Wir machen jetzt mal freie Bahn. Alter. Höre. Geht nicht. Kein Problem. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Ja? Ja? In Ordnung. Höre. Kein Problem. Wir lassen den kurz landen. Von weg. Aussteigen. Schnell. Behandeln. Erwarte Befehle. Höre. Dein Kollegen können doch mal wieder aufnehmen. Free Hostage vom Building ist doch passiert jetzt, oder? Oder müssen wir dann nochmal rein? Eigentlich ja nicht. Doch, da ist noch was. Ey, was? Mit allen Leuten rein. Wird erledigt. Was war da los? Lol. Es befinden sich keine weiteren Personen mehr im Gebäude. Okay, dann können wir wieder rein. Okay, okay, dann ist alles cool. Aber. Wenn ich das richtig verstehe, sind wir mit einem Polizisten da rein, um eine verletzte Geisel rauszuholen. Okay. Aber warum sind dann die anderen Unverletzten nicht mit rausgekommen? Wird erledigt. Das macht doch gar keinen scheiß Sinn, Alter. Okay, die Logik verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ich hoffe, ich musste es auch nicht. Ist wahrscheinlich nur ein bisschen schief gelaufen. Oh, das ließ ich technisch nicht lösen. Mal wieder. Ich lasse den noch zum Backup hier, falls noch irgendwas passieren sollte. Glaube ich aber nicht. Aber das wäre geil, wenn das nicht alles... Ähm... Das wäre geil, wenn das nicht alles immer linear passiert, sondern noch irgendwas zukommt. Zum Beispiel, es kommt noch Geiselnehmer zurück oder Nachbarschaftsstreit nebenbei noch oder so. Das wäre geil. So, der kann wieder in den Heli rein. Die nehmen den auf. Ab in den Heli. Könnt ihr abrücken. Das ist cool. So, und abrücken. Cool, den können wir mal verfolgen. Was gibt's? Boah, nice. Sieht cool aus. Cool, cool. Was der für eine Route fliegt. Bisschen merkwürdig. Geil. We are family friend. Yay. Geschafft. In einem Supermarkt ist es zu einer Plünderung gekommen. Einige Plünderer sind zu Fuß geflüchtet. Andere sind laut Zeugenaussagen noch im Gebäude. Sie sollten die fliehenden Plünderer festnehmen und den Supermarkt mit Hilfe der Polizei durch... Wir sind dabei. Ich höre nochmal ein Heli einfach nur als Verstärkung. Kein Problem. Das ist, das... Oh, pfff. Jawoll. Die hauen hier aber ab. Was soll ich denn machen? Der haut ab. Ich komme da gar nicht hin. Kommt der nochmal ins Gebiet zurück? Der wartet da. Ich würde sagen, da kümmern wir uns mal ganz schnell um den da oben. Wo soll ich denn? Der haut uns ab, Alter. Ich komme geradewegs entgegen. Bin bereit. Verstanden. Was mit dem da oben ist? Keine Ahnung. Das sind natürlich coole Missionen. Warte, unsere Einheiten sind da. Gibt's nicht. Hier wird nicht gelootet. Hier wird nicht gelootet. So, alle Mann, Handschellen und rein ins Gebäude. Zugriff. Mit Scheinwerfern gut ausleuchten. Schieß doch rein. Scheiße. Warte mal, da holen wir schnell, äh, Doktoren. Notärzte. Hä? Wurden ja doch alle festgenommen. Geil. Geil. Die Streifenwagen hier. Richtige Bosse, Alter. Ja, ist ja gut. Ich bin ja dabei, Mann. Ich bin doch dabei. Sofort. Festnehmen und den Supermarkt mithilfe der Polizei durchführen. Ich kann ja nichts dafür, wenn... Die rennen ja hier aus dem Gebiet raus. Na, ich komme ja gar nicht weiter. Das ist unfair. Erwarte Befehle. In Ordnung, bin dabei. Was geht's? Die rennen ja weiter. Ich... Ich... Loll. Da sitzt irgendwo zu viel platziert. Was gibt's? Wir bereit. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Ich kann die dort ja gar nicht aufhalten. Ich komme dort ja gar nicht hin. Das ist doch unfair. Hä, das... Das ist unfair. Ich komme da gar nicht hin. Was soll der Mist? In einem Supermarkt ist es zu einer Plünderung gekommen. Ja, jetzt rennen die alle in die Richtung. Nee, danke. Die rennen aber alle in die Richtung. Ich mache das so oft, bis die alle in die andere Richtung sind. Ja, jetzt, 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 jetzt. Zugriff. So, alle Einheiten, ja. Das ist... Das ist total unfair da oben. Also, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Weil da oben kommst du nicht hin. Ich kann... Ich konnte da nicht hinklicken. Ich kann die dort nicht verhaften. Ich will die hier lang joggen. Zwei können nicht mehr. Ich fange die alle ab. Was geht's? Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Höre. Bin bereit. Ich bin bereit. Wird gemacht. Okay. Was gibt's? Wird gemacht. Was gibt's? Wird gemacht. Ist in Arbeit. Alle Mann aussteigen. Irre. Verstanden. Und Zugriff. Zu Befehl. Verstanden. Was gibt's? Okay. Mir ist unklar, warum da Schüsse fallen, aber niemand verletzt wird. Weil, soweit ich weiß, setzen wir deutschen Waffengewalt nur ein, wenn jetzt wirklich nichts mehr übrig ist. Erwarte Befehle. Sofort. Bin bereit. Wird erledigt. Na komm, alle ins Fahrzeug. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Warte, 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 warte. Müssen wir den noch mitnehmen. Warum die nicht automatisch einsteigen? Ist mir ein Rätsel. Erwarte Befehle. Bin bereit. Ich lass mal einen als Backup hier, falls noch irgendwas passiert. Wollen wir können gleich wegfahren. Verstanden. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Der sieht cool aus. Sind wir ein Mercedes Sprinter? Schon geil. Ups. Ja. Dieser Audi hier, Alter. Immer typisch Audi. So, da haben wir das aber gleich. Jawoll. Geil. Empty shelves. Sind wir schon wieder bei 23 Minuten? Ja, meine Güte. Was passiert als nächstes? Ladebildschirm. Ah, jetzt geht's nach Berlin. Oh, wunderschön. Ich würde sagen, ich renne noch kurz und wenn's losgeht, dann melde ich mich wieder von... Von eins und zur Tralle. Machen wir das so. Bis gleich.